Das ist nochmal kurz der Morgen heute zusammengefasst. Wir haben Leichen verbrannt und uns hat jemand in die Nüsse geschossen. Nein, Quatsch. Ich ne... Ne. So, und los geht's. So, es dürfte ein bisschen besser aussehen als heute Morgen. Ich habe noch ein paar Einstellungen an der Grafik vorgenommen. Also, es läuft flüssiger. Das ist mein schöner, treuer Begleiter, der sich gerade nicht streicheln lässt. Komm her. Ja, Brabisviech. Ich muss aber gerade nochmal gucken, wo wir denn stehen geblieben sind. Was wollte ich denn noch? Genau, den werten Herrn da will ich mir holen, weil der nämlich ein paar neue Fähigkeiten für mich bietet. Was ist das, was ich mir Fit? Das war's. Das war's. Ja, ich bin noch... Ich bin noch so ziemlich am Anfang, Neo. Klar. Oh Gott. Sag mal, wo ist mein Viech? Katze, mach ihn platt. Ah, der hat keine Chance gegen den. Krass. Krass, ey. Der hat ihn so aus den Latschen geprügelt. Das ist schon nicht so schön. Moin, Mr. Jiggy. Alter. Dankeschön. Krass. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe von dir bis heute noch nie was gelesen. Oder... Vielen lieben Dank für deine 25 Euro. Dankeschön. Krass. Vielen lieben Dank. Das nenne ich mal einen Auftakt. So. So, wir haben uns jetzt noch mal ein paar Pfeile hergestellt. Das hat zur Folge, dass ich noch wieder ein bisschen Holz sammeln muss. Mein Heiligenschein ist toll, ne? Der ist super. Vor allem dreht der sich immer mit. Ich habe herzlich gelacht, als ich heute die Videos für YouTube zugeschnitten habe. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Katze ist super. Ich finde die auch klasse. Aber ich muss die tauschen. Also, gegen Bestien richtet die nicht so viel aus. Gegen Menschen ist die top. War bei Diablo ein paar Mal. Okay, war aber noch nicht so häufig. Aber wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin wieder zu Hause in der Steinzeit. So sieht das aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da total wohl. Ich finde das total... Ich finde, die ganze Spielwelt ist einfach der Hammer. Hakan Kamak. Good evening, Sir. Aber wie gesagt, das mit dem Verpixeln, das ist bei dem Spiel wohl leider öfter so. Lässt sich kaum vermeiden im Stream. Ist leider so. Hatschot. Boah. Du Sau. Aber wie gesagt, gegen Menschen, der Löwe nicht ganz so stark. Da ist die Katze auf jeden Fall ein bisschen besser, weil die sich echt... Also, die hat vorhin ein ganzes Dorf oder heute Morgen ein ganzes Dorf ein Auseinander genommen. Richtig, richtig gut. So, wie gesagt, wir schauen mal weiter. Und wie gesagt, für alle, die heute das erste Mal einschalten, der Stream von heute Morgen ist komplett auf YouTube. Falls ihr nochmal mit einsteigen wollt und euch die Anfänge des Spiels anschauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Jo, das ist das Problem. Jo, ich sehe das nicht als Problem. Das ist nun mal so. Aber ich habe es mir angeguckt in den Aufnahmen und bei mir ist die Qualität im Vergleich zu anderen Streams immer noch sehr gut. Hier los, dann tu mal was. Verscheuchsen. Die sind so geil animiert. Das ist der Hammer. Man kann hier auch bauen, ja? Da steckt schon ein Pfeil drin. Könnte man machen, ja? Wie gesagt, im Vergleich zu heute Morgen, ich kann das ja selber nicht sehen, sollte die Qualität auch noch einen Ticken besser sein. Würde mich natürlich jetzt gerade interessieren, aber ich glaube, jetzt ist noch keiner... Doch, Neo, du hast das heute Morgen schon gesehen, ne? Ich weiß das gar nicht. Aber ich gucke mir das im Nachhinein nochmal an. Aber wie gesagt, es soll jetzt auch nicht darum gehen, wir wollen uns hier... Oder ich will mich hier wieder ins Spiel reinfinden. Unterschlacht der Verlorenen. Ort entdeckt. Alles klar. Und komm mal her, mein Freund. Das macht er nicht. Du letzter... Bedeckt mit Pisse, genau wie Udam. Mein Freund. Das wollen wir gleich nochmal sehen hier. Krisskoa, wunderschönen guten Abend. Gefangen. Ähm. Wo ist meine Keule? Ne, ich will ein Speer. Also die Speere sind mit meine Lieblingswaffe. Auch wenn ich die nicht so oft benutze. Weil der Bogen einfach praktischer ist. Okay, da kann ich wahrscheinlich... Tasche voll, du kannst nichts nehmen. Da kann ich wahrscheinlich durch, ne? Muss ich das anzünden? Bestimmt. Südsteinstaub. Haben wir hier noch mehr? Ja. Oder muss ich das einfach nur... Ne, ich musste doch kaputt werden. Nichts vergessen. Gut. Dann mal rein da. Okay. Boah, wo kommst du denn her? Willst du mich verarschen, oder was? Ich hätte hier auch einfach zähmen können, ne? Keine Fresse. Aber ich habe ja schon einen Jaguar. Also von daher passt das schon. Fuck. Boah, das war krass. Oh. Die Kletterkralle. Du hast ein seltsames, aber nützliches Werkzeug gefunden. Suche nach Kletterhaken-Symbolen, an denen du klettern und schwingen kannst. Geh näher heran, bis du die Kletteranzeige siehst. Halte dann E gedrückt, um dich mit der Kralle einzuhängen. Du kannst zwischen den Kletterpunkten wechseln, ohne den Boden zu berühren. Zwischen den Kletter... Okay. Okay. Ich bin ja mal gespannt, wie das Ding funktioniert. Kann ich das hier rüber irgendwie auswählen? Ne. Wir bleiben mal beim Speer. Okay, dann muss ich mich damit wahrscheinlich irgendwie rausziehen, gell? Okay. Nicht im Ernst jetzt. Ach Gott. Really? Also das hätte ich in dem Spiel nicht erwartet. Ich musste mich die ganze Zeit schon dabei ertappen, wie ich vorhatte, den Greifhaken aus Flying Light zu benutzen. Das ist von der Steuerung doch ziemlich stark, ey. Nein. Ja, okay. Pass aber mit dem Kletterhaken auf. Der ist buggy. Alles klar. So kann ich da jetzt vielleicht rüberspringen? Ach so. Okay. 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 Was ist das? Alter Schwede, krasser Scheiß. Oh oh, die kommen hier aber hoch, ne? Ne? Nicht loslassen, ne, ne? Ne? Hatte ich nicht vor. Jäger versteckt, untersuchen die Höhlenmalerei? Welche Höhlenmalerei? Ach da Boah, ich denke gerade, wieso brenne ich? Die Quest ist abgeschlossen Soll ich jetzt erstmal gucken, ob da Krokodile drin sind Ne, sind nicht So, jetzt schnappen wir uns erstmal den Pissemann Wo sind wir da vielleicht von der anderen Seite aus rein? Gibt es da vielleicht noch einen anderen Eingang? Könnte ich mir gut vorstellen Das ist total cool Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn wir einen Säbelzahntiger dabei haben Ne, gibt wohl nur den einen Eingang Oder doch nicht Oh, so langsam wird es dunkel Ui, das war knapp Oh, wie jetzt schon auf Pisse, Mann! Alter Schwede. Siehst du, schön, hart wie Stein. Blut von Oros. Gut für starke Winja-Waffen, aber Blut von Oros versteckt vor mir. Okay, ich bin mal gespannt. Ich finde die Steine, du gehst nach Westen, lebst mit Winja. Kluger Pisse, Mann. Suche Blut von Oros, das in der Sonne glänzt. Okay. Pisse, Mann. Ich hau mich weg, ey. Arschloch. Plastikkopf und Pisse, Mann. Taten sich gegenseitig böse Dinge an. So, weiter geht's. Warnung, Missionsgebiet wird verlassen. What? Okay, ich bin ja schon wieder Missionsgebiet. Alles klar. So, ich werde aber jetzt erstmal wieder den Pflug der Eule nutzen. Und das Gebiet auskundschaften. Und das Gebiet auskundschaften. Das habe ich mir doch gedacht. Ich weiß nicht, ob ich da so nah ran kann. Ja. So, dann ist schon mal einer tot. Bis ich die Eule wieder benutzen kann, bin ich schon mal da. Oh. Krass. Krass. Ich habe wieder nicht nach Krokodilen geguckt. Ach du Scheiße. Das ist so geil, ey. Da ist der Hammer. Lagerfeuer entdeckt. Das ist ein Säbelzahntiger. Ja, los, friss die mal. Los, friss die alle. Fuck. Den kann ich noch nicht zähmen, ne? Scheiße. Doch. Doch. Ne. Fuck. Beim Gucken, kann ich das schon freischalten? Eule Angriff. Da. Ja. Ah. Ja, das will ich lernen. Oh. Ich kann den zähmen. Boah, wenn ich den gezähmt kriege, ne? Ich will den Säbelzahntiger haben. Da sind nur wieder Wölfe. Da ist er. Da. Oh. Doch, doch. Ach, komm schon. Ist er da wieder? Ähm, wie mach ich denn das noch? Wie werfe ich denn noch den scheiß Köder? Mit mittlerer Maustaste? Nein! Boah, fuck Alter Spiele, ich will den zähmen Alter Das wird glaube ich nix Boah, scheiße Ich bin das erste Mal gestorben Wer will den haben von mir? Ja, das habe ich gerade gemerkt Scheiße Den will ich mir holen Der wird gezähmt jetzt Achso, das ist nur so ein Ich hoffe mal, das sind keine Piranhas oder so Ist das jetzt noch Ist das jetzt noch Ne, ist nicht mehr mitgeskillt Genau, vertreib die Scheiße mal hier Oh, da ist er Da ist er, da ist er, da ist er Wie kann ich denn noch den scheiß Köder werfen Achso